Hallo, mein Name ist Michael Gutmann. Ich bin Regisseur von dem Fernsehfilm Bamberger Reiter vom Bayerischen Rundfunk. Er läuft am 5.7. um 17 Uhr im Arikino in der Türkenstraße. Er ist ausverkauft, aber es gibt bestimmt noch Restkarten an der Abendkasse und ich freue mich, wenn sie kommen. Inhalt, es geht um fränkische Cowboys in Bamberg.